ein arbeitsplatz als krankenpflegerin ein arbeitsplatz als krankenpflegerin sehr geehrte damen und herren sehr geehrte damen und herren ich habe ihre anzeige in der zeitschrift das leben gelesen die mein interesse geweckt hat ich habe ihre anzeige in der zeitschrift das leben gelesen die mein interesse geweckt hat deshalb möchte ich mich um diesen arbeitsplatz bewerben deshalb möchte ich mich um diesen arbeitsplatz bewerben ich erfülle alle bedingungen die sie in ihrer anzeige erwähnt haben ich erfülle alle bedingungen die sie in ihrer anzeige erwähnt haben mein alter ist 27 jahre und habe eine ausbildung als krankenpfleger mit sehr gute noten absolviert mein alter ist 27 jahre und habe eine ausbildung als krankenpfleger mit sehr gute noten absolviert darüber hinaus konnte ich durch die arbeit in einem großen krankenhaus so viel erfahrung sammeln nun möchte ich in einem anderen ort arbeiten um neue erfahrungen sammeln zu können nun möchte ich in einem anderen ort arbeiten um neue erfahrungen sammeln zu können sie zeigen neue methoden im bereich der krankenpflege sie zeigen neue methoden im bereich der krankenpflege deshalb interessiere ich mich ganz besonders für die arbeitsstelle deshalb interessiere ich mich ganz besonders für die arbeitsstelle ich bin zuverlässig teamfähig und freundlich ich bin zuverlässig teamfähig und freundlich außerdem habe ich gelernt unter zeitdruck stresslos zu arbeiten außerdem habe ich gelernt unter zeitdruck stresslos zu arbeiten ich würde mich sehr freuen wenn ich einen termin zum vorstellungsgespräch bekäme ich würde mich sehr freuen wenn ich einen termin zum vorstellungsgespräch bekämen falls sie bezüglich meiner bewerbung irgendwelches anliegen haben würden würde ich ihnen selbstverständlich zur verfügung stehen falls sie bezüglich meiner bewerbung irgendwelches anliegen haben würden würde ich ihnen selbstverständlich zur verfügung stehen ich bin jederzeit unter der nummer erreichbar ich bin jederzeit unter der nummer erreichbar ich bedanke mich im voraus ich bedanke mich im voraus mit freundlichen grüßen mit freundlichen grüßen maro müller maro müller grüßen mit freundlichen grüßen maro müller die dann entfernen die in die Alka150-500 vorstellungsgespräch